Lieber Skorpion, die Botschaft, die ich für dich heute habe. Du hast eine Enttäuschung hinter dir oder du steckst gerade mitten in einer Enttäuschung und du versuchst das Warum herauszufinden. Du kannst etwas nicht verstehen, du verstehst nicht, warum etwas zu Ende gehen musste, du etwas verloren hast, du diesen Schmerz fühlen musst. Ich sehe mit den acht Schwertern, die oft eine Energie von Selbstsabotage sind, dass wenn du dich länger mit dieser Frage beschäftigst, hältst du dich im Stillstand. Und der Mann auf den drei Stäben, der schaut in die Zukunft, der dreht sich davon ab, während der Mann auf den fünf Kälchen ja immer noch so ein bisschen die Vergangenheit bedauert. Und du solltest dich nicht länger damit aufhalten, etwas zu verstehen, was vielleicht nicht zu verstehen ist und dich stattdessen deinen Zielen zuzuwenden, deiner Zukunft zuzuwenden und dir Gedanken darüber machen, was als nächstes in dein Leben kommen darf.